Hi Leute, heute geht es mal um emotionale Entgiftung, ja, um Reinigung des Körpers und auch was einhergeht mit einer Ernährungsumstellung oft oder mit körperlicher Bewegung. Diese emotionale Entgiftung, diese Ängste, die hochkommen, Emotionen, die rauskommen und für mich war es ganz oft selbst so, also dass so viele alte Ängste immer mehr hochkommen durch einmal diese Ernährungsumstellung, dass man seinen Körper immer mehr reinigt. Im Moment esse ich zum Beispiel, weiß nicht, seit mindestens 1-2 Wochen oder länger eigentlich, komplett nur regional, eigentlich esse ich im Moment nur Gurken, Tomaten, Weintrauben, Äpfel, was gerade halt reif ist und im Moment kommen nochmal so viele Gefühle und alte Ängste bei mir hoch und einmal äußert sich das so in den Träumen. Ihr kennt ja so diese Gefühle, wenn man nach einem Traum aufwacht. So oft sind es ja gar nicht so diese intensiven Bilder von den Träumen, sondern auch die Emotionen und das Gefühl oder diese Ängste, die man darin verarbeitet. Und ja, so ging es mir in letzter Zeit sehr oft. So viele alte Emotionen, die hochkommen und es ist auch wirklich so, dass immer ältere Sachen hochkommen, also dass immer weiter zurückliegende Kindheitsdinger dann hochkommen. Einfach dieses ganz banale Situation teilweise, aber einfach diese Angst, dass man die nochmal irgendwie spürt, die von damals irgendwie so hochkommt. Und für Kinder sind ja oft, ich meine, das ist ja nur als Kind fühlst du dich ja oft schon bei ganz banalen Situationen in so eine verängstigte Stimmung reingebracht. Und ja, sobald sich da was verändert, ich meine, du kommst irgendwie, du wirst geboren und bist noch vorher völlig geborgen, immer hinter einem ruhigen Ding und ja, im Mutterleib halt. Deswegen gibt es ja auch diese Wassertanks, wo man das nachempfinden kann wieder auch als erwachsener Mensch, wo man sich reinleihen kann in so Salzwassertanks, die völlig dann abgedeckt werden und man schwimmt da drin und hat wieder dieses Gefühl von Geborgenheit. Und wenn man dann eben auf der Welt ist, dann wird immer mehr so mit seinen Grenzen konfrontiert und mit seinen Ängsten oder ja, wenn man keine allzu sichere Basis oder wenn die dann zu schnell zerrissen wird oder nicht aus freien Stücken als Kind. Für mich war zum Beispiel eine Situation, die im Traum jetzt mal hochkam, war zum Beispiel eine Situation, die ich, die fühlt man dann auch wirklich im Traum nochmal so wirklich sehr intensiv von der Angst her nach und das war eine Situation, wo ich einfach so als Kind irgendwie so spazieren war mit meinen Eltern und dann wollten meine Eltern halt einfach weiterlaufen und ich war ganz weit hinten weg als Kind und dann wollte ich halt hinterher und dann habe ich geschrien und zehnmal mehr geschrien und meine Eltern wollten halt weiter. Und so wie es halt viele machen und denken, jetzt muss ich es mal lernen und so. Und für mich war das damals so voll schlimm, dieses Alleinsein oder diese Verlorenheit. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war ein dermaßen unangenehmes Gefühl. Und solche Gefühle und Emotionen, die man in der Kindheit hatte oder auch als Erwachsener, egal wann, je nachdem, wenn man seine Ängste nie angegangen hat oder nie bearbeitet hat, sich nie damit konfrontiert hat, dann kommen erst mal so die jüngeren Ängste, ganz leichtere hoch, eben auch durch die Ernährungsumstellung oder durch Bewegung. Und ja, bei mir kommt im Moment durch die Ernährung ganz viel noch hoch. Und ja, man durchlebt einfach dieses Gefühl nochmal. Diese Gefühle wollen einfach nur nochmal angenommen werden und durchlebt werden. Das ist einfach nur eine Reinigung jetzt dann. Und wenn die angenommen werden und wenn man das dann auch bearbeitet und schaut, was dahinter liegt und die nicht von sich wieder wegstößt und die nicht verneint, sondern sie sein lässt und einfach akzeptiert und anschaut, das reicht schon völlig aus bei solchen Ängsten. Auch wenn es eine Zeit lang dann nochmal, weil dann so viel hochkommen kann auf einmal, sehr schwer sein kann. Und das viele überfordern kann. Das ist auch, denke ich, was, wo viele überfordert selbst nach, wenn die schon länger Rohkost machen. Und dann kommen halt wirklich tiefere Emotionen, tiefere Blockaden hoch. Oder auch durch Sport, durch Bewegung kann das passieren. Dass dann wirklich so tiefere Blockaden irgendwie hochkommen, tiefere Ängste, tiefere Gefühle. Und dann schwanken die Leute auch oft zurück und essen wieder was Schlechteres oder so, damit der Körper erstmal nicht mit dieser Heilung wieder konfrontiert ist und blocken da wieder ab, gehen da wieder, oder kompensieren das halt mit Essen, mit Drogen, Wein oder egal was oder sonstigen Dingen, Fernsehen. Und ja, wenn man diese Emotionen aber dann wirklich anschaut und annimmt und dann lösen die sich auf und man kommt an immer tiefere Emotionen. Und dann geht es auch wirklich so, dass man, bei mir ist es auch mittlerweile so, dass wirklich immer ältere Sachen, an die konnte ich mich gar nicht mehr erinnern und die werden jetzt auch immer realer. Und was heißt realer? Es ist schwer zu beschreiben, man durchlebt die halt wirklich. Und in Träumen oder einfach in Situationen werden die in Gedanken dann aufkommen wieder. Und an die hat man sich vorher schon so lange gar nicht mehr wirklich erinnert. Und jetzt fühlt man das nochmal wirklich. Man befindet sich nochmal, man kann sich wirklich richtig in diese Situation reinversetzen und nimmt nochmal wahr, was man überhaupt damals so gefühlt hat und nicht annehmen konnte und nicht verarbeiten konnte, noch nicht bereit dazu war und noch nicht genug Kraft hatte und dann in eine Blockade gegangen ist und es von sich wegschieben wollte. Und ja, mittlerweile kommen bei mir sehr alte Sachen dann hoch und noch tiefere Ängste und irgendwie, ja, es kann halt dann eben schwer werden, je nachdem wie viel immer auf einmal kommt und vielleicht wirkt es von außen dann sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr unsicher oder so. Aber das sind eben diese alten Ängste und die wollen einfach eine Zeit lang nochmal angeschaut und wahrgenommen werden und, ja, angenommen eben. Und da kann eben so viel hochkommen und eben auch wenn man schon länger dann seine Ernährung auf Rohkost zum Beispiel umgestellt hat und gefastet, oder eben allgemein beim Fasten, dann können solche tiefen Emotionen hochkommen und da werden dann viele ab und brechen da ab. Und umso mehr man das bearbeitet hat, umso mehr man das angenommen hat, umso mehr kann man aber auch tiefer gehen und auch seine Ernährung, dann ist es nicht mehr so schwer, die auf so eine sauberere Stufe, entgiftendere Stufe zu gehen, damit anzunehmen, ja. Und, ja, genau. Also, ja, was möchte ich damit sagen? So, ich wollte es einfach so ein bisschen mitteilen, wie das mit der Dimension ist und den Gefühlen, die da hochkommen können, dass es sehr beängstigend eben sein kann, aber man muss eben nochmal, man geht halt einfach nochmal und sollte sich das nochmal anschauen, um das dann wirklich zu verarbeiten, beziehungsweise es kommt ja automatisch hoch. Und irgendwann kommt man so in diese Zustände, dass man dann immer mehr angstfrei lebt. So, Walter Schauber beschreibt das zum Beispiel in seinem Buch »Kerngesund ohne Umwege«, Walter Schauber heißt er, und der sagt auch, also der ernährt sich dann am Ende nur noch von, also im Moment von »Paradieskost« nennt er es, also nur ursprüngliche Beerenfrüchte, Stachelbeeren, Heidelbeeren, Braunbeeren, Blaubeeren, ja, Erdbeeren, alles mögliche, Neubeeren. Und der ist nur eine Portion am Tag. Und er sagt auch, wenn er sich von diesen Früchten ernährt, so, dann hat er gar keine Ängste, auch seine Kinder, die sind komplett angstfrei einfach. Du hast ein gesundes Selbstbewusstsein, du weißt, was du kannst, was du nicht kannst, und machst, was du möchtest, aber du hast keine Angst, so keine Blockaden mehr, du bist völlig angstfrei. Ja, es ist halt ein paradiesischer Zustand, deswegen nimmt er das Paradieskost. Er sagt dann, sobald er dann zurückgeht und irgendwie gezüchtetere Sorten, irgendwie eine Banane in Deutschland, die dann noch unreif ist oder so ist, dann haben die Kinder wieder Albträume, wenn die sowas essen. Und, ja, genau. Und dann kommen auch wieder Angstzustände eben, ja. Genau. Das war's mal soweit für heute. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen, einfach das mitzuteilen, und dass ihr vielleicht selbst wisst, was dann bei euch auch los sein kann, was da alles hochkommen kann, und dass das eben, ja, nicht schlimm ist. Man soll das einfach anschauen, annehmen, und wenn nicht ein bisschen einfach das Ganze langsamer angehen, nicht so viel Sport mehr. Das ist zum Beispiel auch was in Bewegung. Es sind eben einfach Emotionen gespeichert. Es gibt zum Beispiel wissenschaftliche Studien, oder in diesem, ich habe das in dem Buch gelesen, die neue Medizin des Bewusstseins, genau, die neue Medizin des Bewusstseins von Gerard Dawson. Und in dem Buch sind ganz viele so Studien drin, und da wird auch beschrieben, wie bei spastischen Bewegungen und so weiter eben die gewissen Gefühle gespeichert sind. Es sind Leute, die Zuckungen haben, oder auch in Träumen, wenn die gerade irgendwelche Emotionen halten, Ängste durchleben, dass die dann die entsprechenden Zuckungen oder spastischen Bewegungen einfach die, die im Körper dann gespeichert sind, die dann raus wollen, machen. Genau. Das ist eben auch ziemlich interessant, finde ich. Und ja, der Körper, da sind eben diese Blockaden gespeichert, und das löst sich auch durch die Bewegung, und dadurch kommen auch die Emotionen. Alles ist eben einfach verbunden. Genau. Macht's gut, Leute! Ciao!